Der größte Mehrwert für uns ist die Übersicht über die Live-Kennzahlen und die Vergangenheitszahlen im Vergleich. Beispiel die Durchlaufzeit im Inland, Live gegen Vortag, die Exportzahlen bis hin zu offenen Lageraufgaben, die wir direkt verfolgen können. Wir können uns in Berlin Fiori auch eine Historie anzeigen lassen, in der wir sehen, wie die letzten Wochen sich entwickelt haben. Im Fiori Launchpad ist es möglich, ein individuelles Dashboard zusammenzustellen per Drag & Drop der einzelnen Kacheln. In unseren täglichen Meeting-Routinen ist es uns möglich, auf die Live-Zahlen zuzugreifen und somit direkt Entscheidungen zu treffen für die operativen Bereiche. Untertitelung des ZDF für funk, 2017